Jolo, ich mach mal ne EP! Ey Alex, du machst voll viele Rapper noch! Weißt du überhaupt, was nachmachen heißt? Naja, ich zeig's dir! Es ist Lance! Der Typ, der hat die beste Stimme! Hart! Und trotzdem nur gehypt wird! Deswegen bin ich da und nerve Leute mit meiner langsamen Stimme! Viele denken, dass ich weite! Doch, es stimmt nicht! Alles ne Lüge! Nur weil ihr nahe dich seid! Na gut, ich bleib mal nicht kindisch! Ich bin doch der Boss und weinen ist nicht in meiner Natur! Du Liste! Ey Digga, jetzt nicht ich jetzt! Ach ja, du machst Spongebob und Kollegah gleichzeitig nach! Du kannst nicht! Also verpiss dich jetzt! Du denkst nicht Spongebob und Kollegah nachmachen! Schöner Witz! Wann habe ich nochmal Spongebob geschafft? Naja, gehen wir zurück! Ich mit meiner Mafia werde ich dich zerficken! Mir fallen keine mehr ein! Und Akia, die Vendetta Maske ist auch geklaut! Kann sein! Und sag, welche Rapper es hat! Akia, dieser Alex, der hatte die als erstes! Warum zeigst du deine hessige Fresse? Wär besser, dass du deine Maske noch hättest! Ist Geschmackssache! Viele wollen es! Und zwar 100 Millionen Menschen! Außer du! Nichts! Geschmackssache! Na gut, ich gebe auf! Wer ist der Boss? Na gut, du bist der Boss! Also leg dich mit mir an! Weil sonst gibt jemand was auf die Fresse! Ich bin der Boss! Ich bin der Boss! Untertitelung des ZDF, 2020